Der FC Bayern München zu Hause in der klaren Favoritenrolle gegen Eintracht Frankfurt. In der Liga war auch das eine klare Angelegenheit. Frankfurt erzielte immerhin zwei Tore, aber die Bayern waren einfach übermächtig. Hier in der Anfangsphase war es auch eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Vier Minuten gerade mal dauert es und Robert Lewandowski, der Torjäger vom Dienst, schlägt wieder zu. Da waren die Frankfurter noch nicht so richtig auf dem Feld und müssen nun einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Doch die Bayern, die waren hier von Beginn an heiß auf den Sieg. Qualifizierten sich ja durch das 1 zu 0 gegen Schalke für diese Runde und zu Hause mal wieder antreten zu dürfen. Sicherlich nochmal ein zusätzlicher Motivationsschub. Auch ohne Zuschauer war das eine Demonstration. Zwölfte Spielminute, das 2 zu 0 bereits durch Thomas Müller. Und man musste jetzt, wie schon in der Liga, ein bisschen Angst um die Frankfurter haben, dass das hier nicht doch noch komplett in die Hose geht. Aber Frankfurt konnte sich ein wenig schütteln. Eine Standardsituation aus dem Mittelfeld nicht wirklich gefährlich. Aber es zeigte zumindest die offensiven Bemühungen. Hier Kamada mit dem missglückten Freistoß. Trotzdem waren die Bayern weiterhin spielbestimmend und sehr spielfreudig. Coman mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Gnabry mit dem Kopfball. Da Costa ist noch dran. Macht ihn vielleicht sogar etwas gefährlicher noch für Kevin Trapp. Doch der Schlussmann der Frankfurter ist dazwischen. Die Bayern sehr weit aufgerückt. Frankfurt lief kurz hinter der Mittellinie an. Durchaus mutig. Aber beim 0 zu 2 Rückstand ist das auch eine Selbstverständlichkeit. Bietet wiederum die Räume für den FC Bayern München. Weitere Treffer zu erzielen. Coman hier mal aus der zweiten Reihe. Der dreht sich etwas vom Tor weg. Ansonsten hätte es hier schon 3 zu 0 heißen können. Aber die Frankfurter wollten zeigen. Es ist hier noch lange nicht entschieden. Bastost und Kamada. Sebastian Rode. Schöner Fußball. Silva zu Kamada. Der steht nicht im Abseits. Und das ist der Anschlusstreffer. 45. Minute. Die Hoffnung war plötzlich wieder da. Erneut ins Finale einzuziehen. An diesem Mittwochabend. Nichtsdestotrotz standen die Zeichen weiterhin besser für den FC Bayern München. Doch durch das 2 zu 1 war Frankfurt wieder voll im Geschäft. Die ersten Offensivbemühungen im zweiten Durchgang gingen dann wieder auf das Konto des FC Bayern München. Das ist Alphonso Davies. Der legt den Ball nochmal raus zu Thiago. Der Spanier heute von Beginn an wieder mit dabei. Kingsley Coman mit der Flanke. Flanke Hassebe dazwischen Rode. Serge Gnabry. Die Szene wird nicht richtig geklärt. Dann mal ein Fehler vom Linksaußen der Bayern. Es war ein guter Auftritt weiterhin von den Bayern. Aber sie waren lange nicht mehr so zielstrebig. So wie noch in der Anfangsviertelstunde insbesondere in dieser Partie. Doch die Frankfurter kamen auch kaum nach vorne. Weil die Bayern nicht aufhörten nach vorne auf die Tube zu drücken. Müller mit der nächsten Hereingabe. Und dann kommt Robert Lewandowski. Der sich da von seinem Gegenspieler wegstiebitzt einen Schritt gerade mal zu spät. Vielleicht ja über Standardsituationen. In der Liga hat es so geklappt. Martin Hinteregger hat auf diese Art und Weise zwei Treffer erzielt. Aber das ist auch nicht alle Tage zu wiederholen. Schändler der heute links rankam. Weil Kostic ja rot gesperrt fehlte. Der sich unnötig diese Sperre abholte. Trotzdem gab es hier eine Möglichkeit. Nach dieser Ecke von Schändler. Bayern bekommt es nicht. Bereinigt der Kopfball dann von Dost. Auf den kurzen Pfosten gezogen. Der ist aber mit Joshua Kimmich besetzt. Sonst auch Neuer wohl im gefährdeten Eck. Jetzt gab es nochmal eine Freistoßsituation. Aus dem linken Halbfeld kommt die jetzt gefährlicher als im ersten Durchgang. Die Schlussphase auf dem Höhepunkt. Wieder Daichi Kamada. Der sich den Ball hinlegt. Die Position noch etwas besser. Kamada bringt ihn in den 16er rein. Aber Neuer ist aufmerksam und fischt den Ball raus. Und somit schwanden die letzten Hoffnungen bei Eintracht Frankfurt. Sie kamen nicht mehr zu nennenswerten Möglichkeiten. Und müssen sich so dem FC Bayern mit 2 zu 1 geschlagen geben. Es war ein toller Kampf. Aber insbesondere die Anfangsphase des ersten Durchgangs leitete diese Partie auf ihren Weg. Bayern im Finale gegen Saarbrücken oder Leverkusen. Bayern im Finale gegen Saarbrücken oder Leverkusen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.